Hallo, du lernst gerade Deutsch? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen bei Deutsch, Info und Training. Mein Name ist Michael, ich bin seit über 30 Jahren Deutschlehrer und ich helfe auch dir sehr gern dabei, dein Deutsch zu verbessern. Schau dir gern meine Videos an und schreibe einen Kommentar, was dir gefällt, was dir nicht gefällt, deine Wünsche und Anregungen. Eine Anregung ist ein Vorschlag, eine Idee, wie man etwas besser machen kann. Und ich lerne ja auch gern Neues dazu. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis dahin, alles Gute, Tschüss, Baba. Bis dahin.